Hallo, in diesem Video möchten wir euch zeigen, wie man einen Apple Gutschein mit einem iPhone einlöst. Alternativ nennt man diese Gutscheine auch iTunes Gutscheine. Der Prozess für diese ist allerdings genau derselbe. So, zuallererst gehen wir hier an unserem iPhone in den App Store. Das ist dieses blaue Symbol oben rechts, das wir hier sehen und dann oben rechts da ist unser Account Symbol und da drücken wir dann auch gleich drauf. In dem Fall, dass wir im Moment nicht in unseren iCloud Account eingeloggt sind, dann würde uns hier Apple sagen, dass wir jetzt einloggen sollen. Nun auf der Account-Informationsseite sehen wir jetzt erst mal, ob wir bereits Geld eingezahlt haben. Hier sind das 166, 131 und dann unten finden wir dann einen Knopf, um einen Gutschein einzulösen. Da drücken wir dann drauf. Als nächstes haben wir dann die Auswahl, entweder die Kamera zu benutzen, um unseren Gutscheincode einzulesen oder wir können auch die Nummer manuell eintragen. So, nun wechseln wir aber erstmal zu unserem Gutschein. Wenn wir hier auf der Rückseite gucken, dann finden wir diesen Barcode und auch einige Nummern. Diese Nummern sind allerdings hier im Moment nicht relevant, sondern wir müssen jetzt erstmal diesen Gutschein aufmachen. Dazu ziehen wir hier an diesem kleinen Zipfel in diesem Band. Da öffnen wir hier den Gutschein auf und dann innen drin, wenn wir hier diese kleine Klappe öffnen, dann finden wir hier noch einen kleinen Zettel mit einem Quadrat, wo wir hier unseren Gutscheincode finden. Diese Ziffern. Und da es am bequemsten ist, einfach die Kamera zu benutzen, um diesen Gutscheincode einzulesen, drücken wir hier auf Kamera und dann halten wir die Kamera einfach auf unseren Code hier drauf und dann liest das iPhone automatisch hier diesen Gutscheincode ein. Müssen wir gar nicht mehr viel tun. Eventuell fragt dann das iPhone nochmal nach unserem Passwort für unser iCloud Account. Das heißt, wir tippen den mal schnell ein und dann überprüft Apple, ob dieser Gutscheincode noch richtig ist und wenige Sekunden später haben wir dann hier die Konfirmation, dass der Betrag hier auf unser iCloud Konto eingezahlt worden ist. Und das war es dann eigentlich auch schon. Jetzt können wir natürlich jetzt nochmal prüfen, ob wirklich der Gutscheinbetrag hier auf das Konto eingezahlt worden ist. Und wir sehen es hier in diesem Moment ist der Betrag hier erhöht worden. Und das war es auch schon für dieses Video. Ich hoffe, ihr fandet die Information hilfreich. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst doch unten einfach einen Kommentar. Ich hoffe, ihr wollt.